gesetzliche rente sinkt im jahr 2023 millionen rentner sind betroffen inflation frisst kaufkraft erhöhung zusatzbeitrag krankenversicherung mein name ist peter knöppel ich bin rechtsanwalt und rentenberater von rentenbescheid24.de ich hatte kürzlich ein video zum thema rückblick rente im jahr 2022 veröffentlicht und dabei auch auf die inflationsbedingten folgen seit kriegsbeginn in der ukraine hingewiesen die durchschnittliche inflation beträgt im november 2022 im euro raum rund zehn prozent alle prognosen der führenden ökonomen gehen davon aus dass die zinserhöhungen der ezb und die strom- und gaspreisbremse in deutschland inflationshemmende wirkung haben werden diese wirkung wird aber erst mit einer deutlich zeitlichen verzögerung von zwölf bis 18 monaten eintreten diese ökonomen sagen daher dass alle maßnahmen im jahr 2022 erst wirklich richtig greifen im jahr 2024 die ezb hat weitere zinserhöhungen angekündigt was für sparer unter anderem für rentnerinnen und rentner sicherlich auch nicht ganz so schlecht sein dürfte aber unterm strich kann man folgendes sagen 2023 wird für alle millionen gesetzlichen rentner ein jahr des rentenverlustes werden das steht definitiv fest weil die hohe inflation massiv kaufkraft frisst daneben kommt es noch ab dem ersten ersten 2023 zu einer de facto netto rentensenkung weil viele krankenkassen also viele gesetzlichen krankenkassen den zusatzbeitrag erhöhen werden insoweit sich die bruttorente zwar nicht verändert aber die netto rente weil die abzüge von der bruttorente sich einfach erhöhen ähnliches wird sich auch bei denen bei den versicherten abspielen die in der privaten krankenversicherung versichert sind wenn die pkv wieder mal so oft wie in den letzten jahren an der preisschraube drehen wird solange die inflation über zehn prozent oder vielleicht auch nur noch über fünf prozent liegen sollte werden millionen rentnerinnen und rentner de facto im wert der rente enteignet schuld daran ist unter anderem auch unsere aktuelle bundesregierung die viel zu spät im jahr 2022 gehandelt hat und erst ende des jahres 2022 die strom- und gaspreisbremse eingeführt hat das hätte viel früher passieren müssen ich kann nur eins sagen hoffen wir das beste dass es im jahr 2022 nicht so schlimm werden wird dass viele millionen rentnerinnen und rentner nicht so unter der inflation leiden müssen näher was zu diesem thema finden sie auf www rentenbescheid24.de ich finde ich wünsche ihnen von herzen eine vorweihnachts starke woche ihr rentenberater und rechtsanwalt peter knöppel